Beruflich? Ja. Öffentlicher Dienst. Also nix. Ich find's krass, wie du arbeitslos aussprichst. Hey, jetzt mal ernsthaft. Was machst du da? Jobcenter. Jobcenter. Ihr lacht gerade so, als würde ich's brauchen. Hast du Termin? Nächste Woche, sag ehrlich mal. Du entscheidest schon, kriegst du Ding oder nicht? Alter. Kann man da so ein Auge zudrücken oder so? Das ist schon so, dass du sagst, nee, es gibt hier wirklich Regeln und Regularien. Du sagst nein, weil du gefilmt hast, gell? Ihr nicht. Ihr seid nicht vom Jobcenter. Ihr seid Kunden quasi. Ihr vier arbeitet beim Jobcenter. Ihr seht auch alle so aus, Alter. Ich schwör, ihr habt bestimmt irgendwo Hartz IV tätowiert, gell? Sei ehrlich. Sei ehrlich, gell? Vier Engel für Jobcenter.